Herzlich Willkommen auf Klagemauer TV. Heute mit einer Nouvelle aus Deutschland. Für präventivgehend Diskriminierung von den homosexuellen 40ern soll demnächst am Bundesland Baden-Württemberg Thema von der sexuelle Orientierung an mehr Schulfäscher integriert gehen. Das wird dringend nötig von die betreffende Landesregierung. Aber wo wenig und wei gehen dann alle Länder nach Homosexuellen diskriminiert? Am nächsten Teil, der Thema geht doch an den Medien der Mose in Hecht gespielt, dass in anderen Gänsteht 50% von der ganzen Bevölkerung wären davon betreffend. Heute geht doch bald kein Krimi ohne Schwulen, kein Talkshow ohne Lesben. So gesehen kann ich sagen, dass hetero medial gesehen absolut out ist. Nee, für wat eigentlich? Wird es doch so, dass in Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau der Menschheit eine Zukunft gibt? Und zwar durch die Kanne. Sind die Kanne wohl nicht mehr erwünscht und damit als Zukunft auch nicht? Das wäre es für heute von Klagemau TV. Sieht auch dir die nächste Karriere dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020